Ja, liebe YouTube-Freunde, auch die Motorrad-Szene hat mit dem Regenwärter zu kämpfen. Hier im Städtli Wiedlisbach sind nicht so viele Motorräder hier. Zu sagen ist noch, dass ich schon um halb elf Uhr dort war und ich denke, da sind noch mehr Motorräder gekommen. Warum starte ich hier meinen Yamaha wieder und fahre nach Hause.